Oh, man kann sich jetzt hier einfach von vorne angucken. Mehr ist es nicht. So, du sagst 200 Millionen, ich sag 70 Millionen hat Justin Bieber. 30 Millionen. Du lagst daneben. Auf Party. Packtiger. Fangen wir jetzt nach Poolermann? Ja, ich muss poolern. Das hier sieht sehr lang aus, für weniger Geld als das da oben. Bist du jetzt nicht Raucher hier drin? Atme tief, die Luft ist selten. Hier ist der richtige Platz zum Zelten. Ja, ja. Und mit 10 Bitches aus der Jury Geschlechtsverkehr. Oder so. Ja, schön hoch, wa? Geschlafen, als wäre ich noch rückweg vom Gicke. Kannst du mal mal in den Luka pullern? Ja. Hi. Ein Wunder, wunderschön. Und... Die größeren sind... Nur einen kleinen Einkaufen machen, wa? Wir sind wieder gekommen, am Sonntag, und dann sagt sie so... Ah! Bist du eine Pickelmause? Bist du eine Pickelmause? Liebe Menschen. Ich fühl's gerade noch gar nicht. Aber... Jetzt ist hier ein bisschen Hellfestival-Vibes. Hier gibt's keinen Spot, den ich verarscht. Aber ist schon geil, wenn du siehst, wo du da hinspringst, ne? Ich spanne meinen Penis an und erzeuge eine Mod-Fünsternis. Nee, Mann! Yes! Der Schnauzer. Der ist massiv. Hast du das, Fabi, einen 45cm-Penis hat? Im Durchmesser. Anna. Mann, Jan! Was machst du denn jetzt hier schon wieder? Gott sei Dank, kann man's nicht lesen. Weil ich ein motorischer Spasti bin... Du bist so ein Handy-Arsch, ne? Ja. Also ganz schlimm. Das hab ich schon mitbekommen. Also ich beatboxen und du machst jetzt einen Freestyle? Bitte! Und dann wirst du nicht... Ja, sehr gut. Und dann wirst du nicht... Ja, sehr gut. Nee, kann ja sein, dass du irgendwie... Dass ihr 25km wandern wollt oder so. Nee, das machen wir den Tag danach. Mit dir. Und euch. Nee, ich bin da raus. Nee, funktioniert noch gut. Tanzt und zeig dich auf Instagram. Wie wollen wir denn jetzt eigentlich in dieses Kiosk? Da ist ja doch keiner Geld mit... Dann müssen wir den... Absocker! Ich grüße dich! Ach so, auf... Noch mal duschen vorher oder nicht? Nee, ich würd sagen, Herr Kuchen, du bist... Du hast jetzt von mir eine Mische. Ja. Du hast nicht mal mehr Multivitaminsat, mein Freund. Ich trink das auch pur, beziehungsweise gleich das hier mit meinem... Komm mal Antioxidantienzieren Wasser trinken. Das schmeckt nämlich wirklich lecker, dann ist das auch nicht so süßlich. Ich mach dir das 50-50, meine Mausi. Mach das, danke, meine Mausi. Gott sei dank, gönntst du mir heute nicht so viel Alkohol wie sonst. Also das Bitüber habe ich nur dabei, wenn der Veranstalter mir das... Ers mal hier eigentlich noch ein Stück Engel? Ja. Ers mal hier noch ein Stück Engel. Wenn du den Veranstalter dann abziehst da dein ganzes Vorrohr dann da voll ist. Du Reih! Wolltest du auch noch ein Stück Engel? Alter, Bällitz sein Arsch ist einfach auf Höhe meines Eintrittsaufgabels. Das ist Wahnsinn. Freund, das sieht auf der Kamera aus als wärst du sogar so wirklich... Gun Dive... Ich wollte sagen Friedrich, nachher hieß es ja anders. Ich muss den Mann neben mir bitte auch eine Mische machen. Das ist der dünne mit dem wirklich sehr dicken. Niklas Wellendickdorf. Wer von euch hat alles Wodka gekauft? Also jetzt gleich werde ich da Wodka kaufen. Ich ziehe jetzt aus dem Kochen an. Kochen wir jetzt beide einen? Ja. Sind wir cool? Ja. Ich würd schon sagen. Du bist nicht besser. Das hat vorhin keiner verstanden. Wir sind losgekommen. Da darf man doch nicht, dass wir Freunde werden. Jeder kauft Salzbischkäse, dachte ich. Ja. Ja. Das ist auch so schön. Uh. Es ist anstands Bucke. Ich liebe Tischtennis. Ich liebe Tischtennis. Eine dolle, bitte. Eine richtig dolle. Oh. Das macht nicht geiler als Dolbe. Wir wissen mal Wasser. Danke. Du musst das jetzt erklären, okay? Okay, und jetzt einmal nach unten. Möchtest du was sagen? Erzähle! Mach hoch! Mach hoch! Amerikanische Stadt... Oh Gott, wo schießt du? Digga, nee, das kannst du wegmachen. SICK! Normaler Browser, eigentlich bei den meisten so tops. Ja, genau. Runter, runter, runter! Ich lache mal Deutsch mit dem Film. Ein echsenartiges Tier... Fabian! Nee, Salamander! Das war eine Scheißrunde. Peking ist die Hauptstadt von... Shanghai! Das war China, sorry! Keine Ahnung, weiter. Was wollen die Hater? Die wollen Rainer Winkler unbedingt töten! Und er sagt immer, er ist un... Besiegbar! Also das Verb davon... Siegbar! Besiegen! Ja, ja, okay. Ich möchte Frauen... Wohin stoßen? In die... Wenn ein Schwimmlehrer wäre! Ins Becken! Ja! Das sind so kleine Trommeln, auf denen man... Pongos! Trillerpfeifer! Was haben wir denn hier gewonnen, Alter? Lass uns mal nachschauen, Bro! Eins... Zwei... Drei... Vier... Oh Mann! Sie filmt immer noch! Guck mal auf das rote Licht, Bro! Das ist ja verrückt, Bro! Oh Mann! Ja! Das war eine klasse Leistung, Alter! Geil! Lass mal einschlagen, Bro! Uiuiuiuiui! Ich leugne... Dass ich besoffen bin! So klingt das... Wie in Josef Fritze Keller! Aaaaah! 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 Und dann ab und zu so... Hey, wie? Du willst dich mit mir f***en? Mach ich jetzt erstmal zwei Wochen Strom und Wasser aus! Jetzt hier noch alleine kochen, weil die alle scheiße sind... Spaß! Ähm... So, wir machen jetzt hier kochen mit Keki... Jaaa! Jaaa! Weil wenn man wirklich nah ran geht, dann ist es echt... Ist es echt widerlich! Aaaaah! Aaaaah! Wir nehmen jetzt hier als erstes Wasser... Mach komplett rein! Alles! Für die Nudeln nochmal! Ja! Hier haben wir ein Kilo Nudeln mehr! Aaaaah! Dieser arme Scheiße, da tust du dir jetzt schon richtig aus wie... Als wärmer bei mir stehen! Aaaaah! Aaaaah! Ey, wirklich, wie kann das denn... Ne, ne, ne Wohnung hat die unordentliche... Das ist jetzt keine! Was? Hat der? Ja, hat der! Na! Also, du hast gesagt, es gibt mehr Gegenstände, als es ist ordentlicher als bei Dennis! Also meine Wohnung ist eigentlich in der Regel... Ja, das ist das stimmt! Dennis, einer ist halt deutlich leerer, ne? Aber dadurch, dass du halt einfach viel mehr Sachen davon hast, ist es halt wirklich echt schwierig... Erzähl! Sag's den Leuten! Was soll ich denn sagen? Sag den Leuten, dass da eine Wohnung echt voll... Ja, okay! Ich wollte nur nicht, dass hier alles voll stinkt, deswegen hab ich da die Decke drauf drauf! Ich stink alles voll! Aber nur weil ich meine Hose angezogen habe! Das ist die von Dennis! Vom letzten Wochenende! Wir wissen alle, was mit Dennis Hose passiert ist! Was ist das? Was ist das? Wir werden das jetzt hier reinmachen... Kommst du mal bitte mit? Ich muss dir mal was zeigen! Von der Wasser ein Frischkäse brauchen! Feedback zum Essen! Brutal aber! Und was sagst du? Also... In meinem aktuellen Zustand... Auf jeden Fall eine ganz klare Szene von sehen! Ey! Bevor du hier irgendeinen Vlog releast, will ich auf jeden Fall die Scheiße sehen, bevor du irgendwas ausstrahlst! Schön im Luxushotel war! Mit der Tischdecke zudecken! Herrlich! Gute Nacht aus dem Kinderbett! Okay, wenn ich schräg aufschlafe, fühlt sich das alles erst mal im Klaarschutz gelebt! Geil! Gute Nacht! Meine Nachbarn hören hartig, ob sie wollen oder nicht! Jetzt hab ich nicht... Ansage? Fortnall ist gut, ja! Du hast jetzt vor der Kamera besser nicht wiederholt werden darf! Meinst du, dass manche Frauen einfach sagen, dass sie mit Christian Mett verhüten? Weil sie einfach nur komplett eklig sind? Ja! Besser als keine Verhütung! Ja! Was riecht da? Hat mein Meerschweinchenstall gerochen, Alter! Komm richtig! Ja! So schön, Alter! Oh Gott! Was willst du machen? Und der Supermarkt hat sich auf einen Tauschhandel eingelassen, dass wir diese funktionierende Klimaanlage gegen unsere nicht ganz so gut funktionierende austauschen! Die auch sehr doll stinkt! Wie eine Oma! Und dafür aber weniger kühlt! Wie der Oma Kasper! Und hier soll es halt ein bisschen mehr stinken und weniger kalt sein! Und deswegen... Ich mag keine A** verlecken! Sondern nur fischige... Komm jetzt hier unseren ersten Feigentast mit zwei Liter Löwen rein! Komm! Einfach so rein! Guck in diese Flasche, Alter! Wirklich! Komm jetzt auch einfach der Vergleich mit meiner Hand! Achso! Wenn man den Penis aneben! Dann ist es... Das wäre so wie die Striche auf dem Öl hier! Was sagst du zu deiner ersten Feige? Da war ich nicht feige und hab gekostet! Und? Ja, nicht so fruchtig, aber frisch! Aber feigei! Diese Flasche jetzt ächsen! Ein bisschen Rockstar! Zeig mir das in Rockstar! Die auf keinsten! Ich dachte bei Elefanten ist die Grenze, aber... Mach ich! Mach ich, mach ich! Schluck mal richtig laut! Na, korrekt! Da fehlt nichts! Oh, Alter! Es schmeckt mir aber, dass das irgendwie nur 3 Euro kostet! Wenn du so Mucke machen würdest, wie du trinkst, wärst du immer noch Newcomer! Ja, da wär ich aber wirklich... Würdest du jetzt unter den aktuellen Umständen... Also gerne noch berühmt sein? Ich Löwenbräureu gar nix! Mach uns jetzt hier mal ganz Indie-Investigativ... Deutsches Kennzeichen! Deutsches Kennzeichen! Wer macht denn sowas? Und natürlich Würzburg-Joe! Und jetzt wird's richtig geil! Und jetzt wird's richtig cool! Wo gehen wir denn jetzt hier lang, Niklas? Ich frage mich gerade, wo ich hierher gekommen bin, aber ich glaube... Was geht denn hier ab, Alter? Wie eine Bergzeit! Oh, das Rindfleisch ist fast so groß wie mein Bizeps, Alter, geil! Verloren! Warte! Follow your dreams! Ne, wir machen jetzt hier die... Die früher! Nein! Okay, irgendwie glaube ich... Das ist das Afrika! Alter, guckt man mir nicht mal mehr in die Augen! Das Ding ist aber... Es macht so geschmacklich halt wirklich keinen Unterschied mehr! Weißt du, was er gerade gemacht hat? Vor allem ist er auch noch komplett warm! Ja, und Kölnsäure-Frage! Ich will mich doch nicht verbrennen! Der hat sich gerade Wodka, Billig-Wodka in das Billig-Bier reingekippt! Auf meine Köln? Ja, same! Das hat jeder schon mal gemacht, aber... Also so ein Ötti! Immer so ein bisschen abkippen, dann so eine 0,1er Wodka rein! Und dann einfach sich so denken... Young and wild and free! Das ist nicht mal mehr cool, solche Tritte! Hörst lieber aus? Aus dieser Pisse für zu trinken? Als Sprecher, als aus diesem... Lötigen Gebröe! Ja! Wir waterboarden jetzt das Handy, die alte Hose! Gefällt dir das? Schlag nochmal drauf! Ein kleiner Sees! Das taucht man gar nicht auf! Was? Cut! Lieber nehmen! Na gut! Das war auch krass! Scheiße! Boah, der war wirklich gut! Der war wirklich gut! Das sind meine letzten Worte! Ich liebe meine Familie, meine Freundin! Und... Im Vlog bitte so schneiden, dass ich hier als erster runterspringe! Weil... Wenn ich jetzt hier meinen Muschisprung mache, dann sieht es ja einfach nur kacke aus, nachdem wir hier solche Muschisprungen haben! Wirklich, Eier so groß wie der ganze Ozean hier! Das kommt aber dann nur auf die Bezahlplattform! Und die andere Clip, wo wir jetzt alle runterspringen werden, ist dreimal so hoch, sagst du? Ja! Ja? Ja! Stupi! Das reicht glaube ich noch nicht! Ich bin nicht alle! Nee! Das sind zwölf, das sind fünfzehn, das sind fünfzehn, das sind fünfzehn und hier sind zwanzig! Dann können wir hier auf die Steine springen! Ja! Alters! Ja! Ne? Dann springst du morgen runter oder willst du voll abtauchen? Ja... Ja schon... Ja? Ja schon... Wenn du es überlegst springe ich hier auch runter! Wenn du es abgedacht hast und ich weiß, das ist sicher, dann müssen wir ja auch mal morgen Mittag machen. Und die Leute klappern hier hoch und es juckt halt niemanden. Das wäre in Deutschland nicht möglich und aus guten Gründen. Das ist schon wirklich richtig schlimm. Und ganz links ist Kaliskus Bruder. Ellipso. Ellipso, du geile Bauernsohn. Ich möchte deinen Traktor lecken. Benzen. Machen wir heute Knoblauch, Feta-Creme und Fleisch auf Brötchen. Das wird ein Fetas-Essen. Warum lecke ich von den Pümmeln eurer Feta-Käse? Das habe ich nicht gesagt. Ich distanziere mich von solch sexuellen Aussagen. Kleinstmenge... Fantastisch. Sehr, sehr geil. Wenn ja dann dieser Fettrand wie so eine fremde Zunge hinten im Rachen liegt. Dann ist es lieber du. Tag 3. Nacht war richtig geil. Nicht. Lass mal noch ohne Tischtennis spielen. Oh Gott. Nehmen wir doch. Boah. Was ist das? Was ist das? Wer ist der King? Na, konzentriert mich jetzt mal hier. Ja, das ist Spaß. Das ist keine Wärmehalle, okay? Alter, Tolligung, Tolligung. Leute, die die Pimpung nicht ausnehmen. Jetzt wird das nochmal eingepackt. Und dann eingepackt. Beinteilen, wer wie viele haben will. Na, es waren alle, die sie hat. Habe ich jetzt einfach mitgenommen, oder? Nein. Soll ich der Typ, der sich aufgeregt hat, dass dann abends immer keine mehr da sind. Was? Sie hat gerade so den Unverschirmeslebens gemacht. Ja, und ich habe mir sogar noch mehr gegeben. Alter, eben, Mann. Ich habe gestern schon so viel gesagt. Da? Ja, gestern. Also die hat wirklich 5,40 Euro gesagt, Digga. W.O.B. Weil das ist das Kennzeichen von Warbis. Ja, Warbis, ich doch einfach. Ja. Klippespringen jetzt? Yes. Uh. Boah. Wirst du keine HSV finden? Nee. Nur der FCM, oder? Ja. Blauer wäre es für immer. Das sieht schon sehr, sehr geil aus und kannst nicht, ob die Kamera geil aussieht. So darfst du nur essen, wenn du eine geile Kickstarter hast. So darfst du nur essen, wenn du da eine Kübel böck bist. Spiel doch mit dem Video. Das war deine Kaution, ja? Ich komme mit dem Penis bald. Jetzt ist es gleich vorbei, aber... Also ich habe schon Bildschirm mit weniger... Ohne weniger? Mit weniger Impact gestandet. Bisschen mit dem Penis davor. Frag mal meinen 700 Euro Gaming-Monitor im Studio. Das ist Fock. Ne, das ist ein Risken, ich weiß nicht warum. Wir stimmen einfach nur bei anderen Arten. War das, weil du deine Hose zu schnell ausgezogen hast? Da ist ein Jahrhack da so liegen geflogen? Ne, einfach nur Risken. Wir sind vom Gegner raus gekommen und da war eine Riske. Das ist wahrscheinlich wegen der Sicherheit der Freunde. Sommerhaus der Stars. In der Wohnung in Alte-Neustadt. Überwacht. Aber nur mit Tech-Act. Redmann und Bassbilanz. Red was? Red mich nicht so dumm von der Seite an. Hahahaha, gute Nacht! Banane-Snacken? Hahahaha Habe ich einen 12-Stunden-Tag gehabt. Wo ist deine Freundin? Wollt ihr zu sein, drüben wir im Bett? Meine Freundin... Meine Freundin ist auch hier, die sieht man nur nicht. Metteleule. tja dennis hättest du mal gestern nicht anderthalb kohlen botbar getrunken dann sollst du jetzt hier mit uns ein bisschen wandern gehen brötchen würde ich dir auch ausgeben danke habibi von welchem geld ne ich mein dennis ach so aber dir dann auch gerne und von dem geld was ich dann erst mehr erarbeiten muss und natürlich malo im job kackstelzenliste sieht aus wie ne location wo sich einer mal beim acer b der hirn fuß gebrochen hat schreibt es in die kommis wenn ihr auch schon mal auf amfer im theater wart im schnitt dann bitte hier so wild west musik einfügen hier sieht ziemlich nice aus muss ich mal so sagen willkommen in nordhausen wo dann manche lampen einfach in der nacht weil manche straßen nicht mehr richtig leuchten weil sie die lampen ein bisschen demontieren die glühbirnen rausschrauben damit sie sich da ihre sachsen splitter rein rochen können und dann baust du dir hier noch so einen kurzen zwinger club in den wald und sagst ich bin denn die klose kroatische eistonne kroatische eistonne eiskalte nass oral einzuführen das ist es einfach Kroatien Kromagien in den ganzen Motoren denkt man, wann ist hin? Hogwarts endlich lohnt sich mal joggen bei 40 Grad im Tank Hunigang 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 Ich hab nur Sonnenstich Alter viel Spaß Bro Da ist man noch ein schönes Stück Fleisch geholt in Klammern ist er einfach den Pimmel abgeschnitten den riesigen und Schoschkäse Alter hast du jetzt zerrott? aus deines Dick zu dick Ich hab noch nicht einen positiven Faktor gefunden über das Rauchen bei Krankheit dann such weiter wir sind jetzt hier irgendwo verschwunden im Wald auf irgendeinem alten Militärgelände da haben uns die Hunde gejagt wissen nicht mehr wie wir jetzt hier rauskommen aber es wird schon Habibis bleibt stark Rutschen macht Spaß Das ist doch nur scheiße hier Dreh dich mal einfach um Dreh dich einfach nur einmal um Wenn die Leute würden einfach Saufurlaub sehen jetzt einfach nur die scheiße hier Alles so crazy hier Wir sind geisteskrank oder? So geisteskrank Wir sind jetzt hier die Strecke einfach gelaufen Kann ich mal Und das in 10 Minuten Weil wir die geilsten sind Dann habt ihr auch Bock auf den Puller Café Da sind wir wieder im schönsten Land der Welt und das hat uns nicht eingelassen jetzt sind wir in Deutschland Herrlich